Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Roblox zusammen mit GamingGhost. Hallo GamingGhost! Hallo Ivo! Und zwar spielen wir wieder den Pet Simulator. Ja. Und ihr seht schon, ich habe 45 Millionen Gems. Das ist Wahnsinn. Und wie viel hast du? Ich habe 5. Was? Aber das kommt daher, weil ich gerade 25.000 ausgegeben habe. 5.000, oder? 5.000. 5.000, ja, ja. Aber ich habe gerade 25.000 ausgegeben, weil ich hier in die Spawn-Word wieder wollte. Also in den Shop. Weißt du, woher ich so viele habe? Ja. Willst du wissen, wo du ehrlich bist? Du hast bestimmt einen Gönner gefunden. Einen Sponsor. Der hat mir den geschenkt, ja. Und komm mal mit. Komm mit hier. Ja, ich bin ja schon unterwegs. Warte kurz. Warte. Nö, ich laufe mal weiter. Du bist sowieso schneller als ich. Oh, du hast mir einen Trade Request gegeben. Mach. Ich akzeptiere. Was möchtest du denn haben? Äh, gib mir nichts. Gib mir nichts. Okay, warte. Ich gebe dir hier von den Pandabären. Nein, gib mir nichts. Die Pandabären, die nerven mich sowieso. Ich möchte nichts. Ich möchte nichts. Du möchtest keinen Pandabär von mir? Okay, ich sage ready. Und dann? Und jetzt mach ready. Und jetzt mach... Ich gebe dir einen... Was? So viel gibst du mir. Das ist ja Wahnsinn. Eine Million, ja. Oh, so viel hast du? Wie viel hast du denn, sag mal? Ja. Bitte. Du hast ja dann mehr. Du musst ja wesentlich mehr haben. Jetzt hast du hier eine Million. Mensch, danke schon. Dann kauf dir mal Teleport. Und geh mal auf Teleport. Ja. Und dann geh auf Cave. Kauf dir Cave. Ich kauf mir Cave, ja. Da brauche ich 20.000 für. Das mache ich. Und dann... Hab ich gemacht. Teleportier ich hin? Und dann soll ich zur Cave? Ja. Cave, okay. Okay, dann komm mit. Hallo Cave. Hier bin ich. Komm mit. Warte, ich will hier mal ein bisschen abbauen. Nee, nee, nee. Das ist wichtig. Komm bitte mit. Das ist wichtig. Ich komme ja schon. Komm. Ja, ich bin noch unterwegs. Sonst kann ich die... Ich kann die auch wieder haben. Ich habe mir nämlich auch ein Bankkonto gemacht. Da sind ein paar sichere Gems drauf. Wo laufen wir denn jetzt hin überhaupt? Ja, wir laufen zur Tech World. Wir laufen jetzt zurück quasi. Ja, wir haben doch da am Anfang das mit Fantasy-Cons, was man kaufen konnte, gesehen. Ja. Und da hatten wir noch keine. Und die Portale habe ich mir angeguckt, Leute. Die können wir in einer anderen Folge machen. Aber in der Folge wollen wir hier durch. Ja. Das hast du sicherlich noch nicht gekauft. Hier. Diese Welt. Siehst du es hier? Ich sehe da was, ja. Hast du schon? Warte mal kurz, ich baue hier immer noch ein bisschen was mit ab. Ich mache ein bisschen an der Truhe rum. Was ich noch brauchen kann. Ein paar solche schönen Gems. Ja, es wäre schon wichtig, wenn du jetzt kommst. Ich komme. Kauf dir die Welt mal. Für 7,5... 2,5... Milliarden. Komm durch. Das sind Milliarden, okay. Ja. Komm durch. Kann ich das einfach machen? Mit E, ne? Genau. Ja, und dann Kauf. Was? So viel Money dafür. Okay, jetzt bin ich drin. Ja, bin da. Okay, krass. Und jetzt komm hinter die Truhe. Nicht abbauen, bitte. Warum nicht? Nur so. Die ist bestimmt gut. Und jetzt komm. Wie willst du haben, stimmt's? Wir gehen in die Tech World. Was ist, wenn ich aber die Truhe doch abbauen möchte? Dann kriegst du nicht viel. Echt? Geh einfach hoch. Ja, ich bin da. Und jetzt E? Ja. Jetzt bist du gerade damit weggeflogen. Ja, tschüss. Jetzt muss ich warten, bis es wieder E gibt. Dann musst du weglaufen und wieder hinlaufen. Nee, ich hab E. Okay, ich bin auch weggeflogen. Jawohl, da bist du doch, oder? Ja. Hab ich die Tiere jetzt mitgenommen? Ja, da bist du. Hallo. Hallo, hallo. Ja. Okay. So, wohin? Warte kurz. Ja, wohin? Wo rinnst du denn hin? Hier kann man Eier kaufen. Sollen wir mal ein paar Eier holen? Ja, wenn du willst. Ja, ich würde mir gerne mal so ein Ei holen hier. Ah, und genau. Weißt du, was ich jetzt wollte? Bau erst mal ein paar Sachen ab, wenn du ein paar Tech-Coins kriegst. Die Tech-Coins habe ich nicht. Ich muss erst mal abbauen, ja. Genau. Aber du kriegst echt schnell Tech-Coins. Ich guck mal hier. Such dir einfach ein paar Dinger. Die großen Dinger sind immer gut. Die großen Geschenke und so weiter. Da muss man ja immer hinlaufen, um es dann einzusammeln, ne? Stimmt. Also ich kaufe mir jetzt alles schon mal durch. Soll ich schon mal weitergehen? Ähm, warte doch mal kurz. Okay, ich bin weiter. Ich habe gesagt, warte mal kurz und dann sagst du, ich bin weiter. Ja. Wo bist du denn jetzt hingegangen? Ich bin in die nächste. Ich bin im nächsten Bereich. Du bist hier in die nächste für Purchase to Unlock für 50.000? Ja. Okay. Und ich kaufe mir jetzt gleich... Und was soll ich jetzt auch mit? Ja. Und jetzt gehe ich zu 625.000er Welt. Warte mal, ich will mir noch Tech-Coins abbauen. So ein paar Coins brauche ich ja. Ja. Okay, ich bin gleich da an meinem Ziel. Ich kaufe mich nämlich nochmal durch. Bam. Bin da. Also, ich bin jetzt einmal hier hintergelaufen. Und da vorne ist 625.000. Ist das richtig? Ja. Genau. Kannst du das schon kaufen? Da muss ich schauen. Und ich muss hier erstmal ein bisschen was abbauen. Okay. So lang muss ich auch ein bisschen was abbauen. Okay. So, meine Tiere sind fleißig. Was ist denn das? Da ist auch noch eine Tür. Was macht man denn hier? Ich komme gerade die ganze Zeit durch. Dark Matter Pets. Ja, die kannst du erst, wenn du richtig krass besondere hast. Kannst du erst machen. Krass besondere? Kann ich auch noch nicht machen. Kann ich nämlich selber auch noch gar nicht machen, die Dark Matter Pets. Ich habe nicht die richtigen Pets dafür. Da muss man ein Mythical Pets aus den Eiern ziehen. Ja. Ich bin jetzt schon weiter als 600.000. Schon eins weiter wieder. Noch wieder eins weiter. Ja. Wie soll ich denn da jemals dahinter herkommen? Hm? Oh. Hä? Was? Ich habe gar nicht genug Techcoins. Ja. Wärst du mal hier geblieben. Ja, aber hier gibt es ja viel bessere Sachen. Hättest du dich mal um mich gekümmert. Hier gibt es ja viel bessere Sachen. Oh, das ist aber schön hier mit diesen gelben. Ist das Gold? Diese goldenen Räder da. Diese Zahnräder. Das schaut ja cool aus. Ist da irgendwas Besonderes? Wo? Bei den Zahnrädern? Kommt man da rein? Nein. Hö? Bist du schon in meinem Bereich? In meiner Äu ja? Also hier ist es relativ leuchtend. Durch diese ganzen goldenen Zahnräder am Rand. Aber ich dachte, du wärst durch diese 8,25 Millionen schon durchgelaufen. Ich gehe jetzt durch die 350 Millionen. Ja, das kann ich wahrscheinlich nicht. So viel habe ich nicht. Hier gibt es noch 11,5 Millionen. Warst du da schon? Ja, schon längst. Ja, bist du dann die 8,25 weitergelaufen oder die 11,5? Weil die geht ja in die andere Richtung. Ich bin die... Hä? Ich bin die geradeaus weitergelaufen. Aha, siehst du? Hä, die habe ich gar nicht gesehen. Ja, die hast du gar nicht gesehen, weil du schon wieder vorgeprescht bist. Anstatt auf mich zu warten. Ich bin gleich in der Welt, wo es nur Truhen gibt, aber dafür habe ich noch nicht genug. Nein, dafür brauche ich 4,5 Milliarden. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich gehe jetzt mal zurück und baue mal diese große Truhe ab da. Diese riesengroße. Oha, ich habe es. 4,5 Milliarden, easy. Bam, ich kriege gerade 3 Milliarden. Einfach dadurch, dass ich eine Sache abgebaut habe. Mhm. So, bist du bereit, dass ich mich jetzt durchkaufe? Bam, durchgekauft. Jetzt hast du da... Was siehst du vor dir? Welche Welt bist du? In der letzten. Ich gehe jetzt auch mal diese 8 da durch. Durch diese 8 gehe ich mal durch. Bist du da noch nicht? Nein. Ich habe hier erst noch ein bisschen was abgebaut. Ach so. Ja. Ich komme jetzt mal zu dir. Ja, komm doch mal her. Ich kann mich da nicht weiter durchkaufen. Mehr kann ich da nicht kaufen jetzt hier. Wo? Ich bin jetzt hier in dieser Welt nach den 8,25 Millionen, ne? Ja. Genau, wo diese ganzen Zahnräder sind. Und da geht es dann dahinter noch weiter. Und da bin ich schon. Oder ist das noch die Zahnräderwelt? Ich bin jetzt hier bei der... Hier sind lauter solche komischen Fässer. Die sehen aus wie so radioaktiv. Ich kaufe... Ich bin jetzt in dieser Area hier rechts. Siehst du die? Welche Area rechts? Hier. Ich sehe dich nicht. Ja, weil du in der Ander noch bist. Ja, wo bist du denn? Ich bin eine weiter. Ja, du bist eine weiter. Da kann ich aber nicht hin. Ich gehe jetzt wieder zurück. Das ist eine große Truhe. Und mache da vorne weiter. So, und da gibt es nämlich die 11,5 Millionen Welt. Und da gehe ich jetzt mal gucken. Ja. Da komme ich rein. Oh, mein Freund ist schon wieder online. Mein Freund ist schon wieder online. Dein Freund ist wieder online? Ja. Okay. Ich trade dir den Pomerian an. Der hat nämlich... Das ist der reichste. Der will mir eine Anime Unicorn geben. Ach, das ist ja schön. Ja. Ich gebe dir das, das. So, ich mache jetzt hier gerade eine ganz große Truhe auf. Das, 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 das. Nein, er hat gecancelt. Echt? Schade. Ich würde da nochmal Hallo sagen. Nein, der war Platz 1. Er hat gecancelt, dieser Pomerian 19. Der hat auch 729 Millionen Gems. Was eigentlich... Und wo der mir eigentlich auch was abgeben könnte. Ja. Aber nein, er ist so geizig. Meine Tiere bauen noch fleißig ab hier. Okay. Ich glaube, mein Freund müsste auch in die Tech World jetzt gleich kommen. Oh, der ist noch nicht auf dem Server. Beim Let's wohl noch. Mhm. Weil da ist noch nichts... Ah, jetzt ist er. Jetzt ist er drin im Game. Wo hast du dieses Weg gesehen? Ach hier, für 11 Millionen. Ja. Bist du da schon? Ich bin da gerade am Abbauen der riesengroßen Truhe. Ist das denn irgendwo eine Kanone? Ähm, habe ich jetzt nicht gesehen. Hier ist auf jeden Fall ein großes Geschenk, was ich gerade einsammle. Und das ganz große Geschenk bin ich auch gerade am Einsammeln. Ja, ich... Also ich baue hier jetzt mal die krasse Truhe ab. Ne, die baue ich gerade ab. Ne, die baue ich gerade ab. Da gehst du mal schön weg. Ich kriege hier die Sachen. Ne, ich habe da schon mehrmals drauf gedrückt. Und irgendwie sind meine Tiere da auch schon fest am Abbauen. Oft darfst du auch nicht draufdrücken. Ich drücke da so oft drauf, bis alles da ist. Ja, dann kannst du auch nichts mehr kriegen. Du musst einmal draufdrücken. Für ein Pad hinschicken. Dann nochmal. Und dann nochmal. Und dann hast du da drei Pads dran. Die machen doch automatisch. Die machen doch sowieso schon die ganze Zeit. Jetzt hole ich da nochmal eins dran. So, bloß... Jetzt kann nochmal eins dran. Die Frage ist jetzt, wo komme ich weiter? Ist da noch irgendwo eine Welt, die du gesehen hast? Ähm, nein. Hä? Also nur sowas hinter einer Tür, wo man was bezahlen sollte mit Tieren, die man noch nicht hat. Wo ist Vervoid? Also Vervoid ist nämlich die nächste Welt. Das weiß ich nicht. Ich gehe mal hier hin. Hacker Portal. Ich bin noch am Einsammeln. Hacker Portal hört sich so an, als gäbe es hier das nächste Portal. So, die große Truhe langweilt mich jetzt. Oh nein. Irgendwie geht das nicht schnell genug. Das ist bestimmt versteckt. Das ist jetzt anders. Hö, oder? Ist es vielleicht einfach das Portal da? Ist es vielleicht einfach das Portal? Ja! Es ist... Ja. Äh, a Quest. Ja. Eine Quest. Quest. Break three giant hacker chests. Okay. Drei große Hacker-Kisten. Wo bist du jetzt eigentlich? In welcher Welt? Ich bin in der letzten. Ach so, da wo ich nicht hinkomme. Und ich muss drei Hacker-Kisten öffnen und dann zurückkommen. Dann schalte ich das Portal frei. Okay. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich, Leute. Bis gleich. Ich glaube, ich kann jetzt das Portal freischalten. Oder? Ja! Ich kann das Portal benutzen. Ja. Ich... Ja, ich gehe in The Void. Ich bin in The Void. Das ist cool. Ja, jetzt kann ich mich von hier aus zur Tech-World, zur Fantasy-World und zur Spawn-World teleportieren. Wie krass ist es? So schwerelos ist man hier. Es gibt hier so richtig krasse Sachen. Und Tech-Coins natürlich auch. Auch so Obbys und so. Es gibt so neue Portale hier, wo man so Obbys abschließen muss dafür. Das ist krass. Das ist krass. Wann bist du da, denkst du? Oh, das dauert noch. In der nächsten Folge wahrscheinlich. Echt? Ja, ich muss erstmal ein bisschen Coins sammeln und so weiter. Ich komme ja da noch gar nicht rein. Warte. Axolotl ausschiehen. Ich kann gleich in Axolotl-Ocean. Ocean? Ah, jetzt kann man hier in verschiedene Welten rein. Da hinten in Pixel-World. Ja, ja, ja. Das musst du... Das machen wir in der nächsten Folge, weil da kannst du dann, wenn du auch so weit bist, hier kann man jetzt in die letzten Welten rein. Genau. Bloß ich such gerade. Wo kann man zur neuen Doodle-World? Doodle-World. Ach, die geht von hier aus nicht. Noch nicht. Aber Leute, ich würde erst mal sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Haut rein. Ciao.